Herzlich Willkommen heute an Jumaabend, Donnerstagabend zu einer weitere Serie, unsere Hadith Sohbet, Hadith Sohbet mit kurzer Erklärung und dann wollen wir auch schon los starten mit den ersten Hadiths. Es berichtete Ibn Masud, dass der Gesandte Allah sagte, der allererste Fehler, der unter dem Volk Israel gemacht wurde, war, dass einer von ihnen, als er einen anderen traf, begann zu sagen, fürchte Allah und unterlasse, was du tust, da es ungesetzlich ist. Als er den Fehlgehenden jedoch am nächsten Tag traf und keine Verhaltensänderung feststellte, sagte er nichts zu ihm und nichts hinderte ihn, mit ihm zu essen und zu trinken und in seiner Gesellschaft zu sitzen. So also kehrte Allah die Herzen dieser ab wegen ihres Beisammensein mit anderen schlechten Herzen. Es sind leider auch natürlich wieder Eigenschaften, die auch in unserer heutigen Zeit zutreffen. Leider ist es ja die Mehrheit jetzt so, dass die meisten gar nichts mehr sagen. Wenn sie jemand etwas Schlechtes machen sehen, wo sie zumindest ein Wort sagen könnten, sagen sie nichts und sagen, naja, jeder muss es selber wissen, es ist sein Leben. Diese Einstellung ist total falsch. Denn wir dürfen nicht eins vergessen. Wir Muslime sind einander Brüder. Wie kann ich denn wollen, dass mein Bruder Schaden erleidet? Wie kann ich denn wollen, dass mein Bruder in die Hölle kommt? Wie kann ich denn wollen, dass mein Bruder von Allah-Sopanala bestraft wird? Und das nur, weil ich sage, er muss schon selber wissen, was er macht. Ich kann natürlich es nicht verhindern, wenn sein Kopf dickköpfig ist, aber ich habe doch zumindest die Pflicht, ihn darauf anzusprechen, das Minimum, ihn zu sagen, schau mal Bruder, was du machst, Alkohol trinken oder in die Spielcasinos zu gehen, das ist Haram, ist nicht gut, aber man lässt es einfach dabei, es ist jedem seine Sache und das ist falsch. Das begann schon damals das Volk Israel, deren Gelehrten, deren damaligen Hotscha, wenn wir den Begriff benutzen wollen, sie sahen ihr Volk Sünden machen. Wie sind sie darauf hin, dass das falsch ist? Aber beim nächsten Mal, als sie es wieder trafen und sie Widersünde gemacht haben, haben sie es so ignoriert, haben sie sogar zu denen dazugesetzt und als ob nichts wäre. Und genau das ist das Falsche. Wir Muslime sollen es ansprechen. Wenn ich jemand sehe, dass sie etwas Schlechtes tun, wie kann ich mich dann nachher noch zu denen dazusetzen, als wäre ich nichts gewesen? Das Minimum, was ich tun sollte, ist eigentlich zu sagen, Hochbeilbruder, ich meine es nur gut mit dir, aber das, was du machst, machst es bestimmt nicht gut, das kann dich in die Hölle bringen. Das ist eigentlich eine Pflicht eines jeden Moslems. Und nicht diese Einstellung, er ist selbstverantwortlich, er ist alt genug, er weiß schon, was er machen wird. Diese Einstellung ist total falsch. Denn wir sind einander Brüder und wir sollen so nicht anfangen. Wir brauchen uns nicht Wunder, wenn die Bella von Allah-Sopala kommt, also, dass uns etwas Schlechtes passiert. Wir sehen heute den Zustand, in dem wir Muslime sind. Ich denke mal, heute, wir machen so ziemlich alles falsch, was man nur falsch machen kann. Gestern hatten wir besprochen von den Geboten, dass heute die Leute sich nichts mehr daraus machen, sich zertowieren. Tattoos sind Haram, ganz klar. Trotzdem, eine große Mehrheit der muslimischen Jugend lässt sich tätowieren. Alkohol ist Haram. Trotzdem, eine große Anzahl von muslimischen Jugendlichen trinken heute Alkohol, als ob es nichts dabei wäre. Freundin zu haben ist Haram. Trotzdem, viele jugendliche Muslime haben heute eine Freundin. Nur weil sie die Nicht-Muslime diese Dinge sehen, heißt es nicht, dass es normal ist. Heißt es nicht, dass man es machen darf. Wo unterscheiden wir uns Muslime denn, wenn wir alles machen, was die Nicht-Muslime machen? Was zeichnet uns dann als Muslime noch aus, wenn wir das alles machen? Deshalb ist es unsere Pflicht, wirklich darauf hinzuweisen. Wenn ich natürlich für eine Person Angst haben sollte, na gut, dann mache ich es halt nur noch mit meinem Kopf. Das sage ich mir in meinem Gewissen. Ich würde es Ihnen gerne sagen, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe. Das schlägt mich. Aber ich denke mal, diese Fälle sind wohl sehr selten, dass man einen, vor allen Dingen die Leute, die man erkennt, dass man Angst hat, der schlagt einen ins Gesicht rein oder verbrunkelt einen, weil ich Ihnen darauf etwas hinweise. Meistens antworten sie natürlich sehr frech und sagen, bist du Zotscher geworden? Oder diese typischen Sprüche. Aber er soll uns nicht abhalten, das Gute zu gebieten und das Falsche zu verbieten. Dass wir nicht die gleichen Fehler machen, wie damals die Gelehrten des Volkes Israel gemacht haben. Und dann natürlich hat Allah sie preisgegeben, hat sie in den Feinden, in den Händen der Feinde gegeben. Ist ihnen nicht mehr beigestanden. Und wer das Ende wissen will, braucht nur die Bibel lesen. Da stehen genug Geschichten drin, wie Allah so Panala mit dem jüdischen Volk verfahren ist, als sie sündhaft wurden und weitergemacht und nicht immer bereut haben. Einfach gedacht haben, es ist alles so normal. Das sollen wir nicht tun. Alhamdulillah, wir haben natürlich noch Muslime, die darauf hinweisen. Aber leider ist es sehr gering. Oder wir haben eine Art von Gruppe, die wird darauf hinweisen, auf eine ganz harten Art. Auf eine so besserwisser Art. Das tut ich auch falsch. Wenn ich meinem Bruder etwas sage, er soll es nicht tun, dann soll ich es wirklich auf eine schöne Art machen. Und nicht hart. Und nicht auf Besserwisser. Denn das kommt erst recht nicht an. Denn da fühlt sich der ja herausgefordert in sein Ego und da wird erst recht großkotzig oder baut erst recht eine Mauer auf und sagt, was der sagt, höre ich bestimmt nicht drauf. Deshalb ist es wirklich angebracht, wie ich es sage. Und da sollen wir wirklich schauen, dass wir wieder zurückkehren zu den Wurzeln des Islams. Wir müssen wirklich sagen zu den Wurzeln dieses Islams, denn wir haben uns heute sehr entfremdet. Wir haben uns sehr entfremdet. Was machen wir denn noch? Was machen wir noch, was zur Zeit des Propheten Mohammeds des Ländes gemacht wurde? Auf was wir hinweisen können, ist das Gebet. Aber wie beten wir denn? Beten wir wirklich mit Hingabe? Oder machen wir die, die beten, einfach nur noch die Pflicht? Ich habe schnell mein Gebet hinter mir gemacht. Man sieht ja auch, wie die Leute beten. Manchmal, wenn ich Leute beten sehe, frage ich mich, wie schnell sagen denn die Subhanallah? Oder was sie dann sagen, weil es doch sehr schnell geht. Und was ist vom Gebet geblieben? Es ist vom Gebet nur noch der körperliche Ablauf geblieben. Die körperliche Bewegung. Aber die innere Hingabe, ich glaube, die fehlt uns allen. Ja, natürlich, es hat viele Gründe. Uns fehlen wirklich die Vorbilder. Uns fehlen die, die bei uns anheizen, Gutes zu tun. Wir finden sie heute kaum noch. Und die, nach denen sehr viele nicht mehr Islam lernen wollen, das heißt, suchen sie ihresgleichens, rennen nur draußen auf den Straßen herum, sind in Shisha-Cafés zu sehen, sind jetzt, wo die Diskotheken wieder aufhaben, sind die Diskotheken zu sehen. Sie meinen gerade, sie müssen ein Versäumte nachholen. Ein Jahr Diskotheken am Zugerb. Meinen gerade, sie müssen das eine Jahr nachholen. Was wahnsinnig, was ich da für Beiträge gesehen habe, wie viele Muslime diese großen Sektflaschen, also übergroß, haben, in solchen gekühlten Körben drin. Und jetzt meint, sie müssen alles nachholen. Es ist wirklich traurig, dass gerade Muslime diese Zeit, wo Corona alles zugemacht hat, nicht genutzt haben, über Leben nachzudenken. Nicht darüber nachgedacht haben, schau, jetzt sind die Diskotheken alle zu, was mache ich jetzt da? Sollte ich nicht Reue zeigen? Sollte ich mich alle nicht hingeben? Sollte ich nicht jetzt wieder Besseres machen? Aber nein. Regelrecht, sie haben nur darauf gewartet, dass Diskotheken aufmachen, und jetzt stürmen sie alle hinein. Aber wir dürfen natürlich eins nicht vergessen. Das müssen wir auch immer wieder wiederholen. Allah subhanallah benötigt uns überhaupt nicht. Ob wir ihn anbeten oder nicht anbeten, das kann wirklich Allah total egal sein. Seine Macht wird nicht geringer oder nicht besser, ob wir ihn anbeten oder nicht. Denn manchmal denkt man ja gerade, der Mensch meint, Gott hat ihn nötig. Nein. Allah hat uns überhaupt nicht nötig. Allah steht über allen Dingen. Allah war, da gab es uns nicht, da gab es rein gar nichts. Was denken wir denn also? Und deshalb ist es sehr schlimm, dass wir ignorieren, und manchmal sogar das krasse, gerade der Sprecher hat immer die Situation von Jugendlichen an, dass Jugendliche sehen, ihr Freund macht etwas Ungerechtes, und er unterstützt ihn noch dabei. Obwohl er weiß, er ist ungerecht. Er unterstützt ihn. Was heute scheinbar wirklich total vergessen wird, ist einfach der Bereich von Haag. Diese Ungerechtigkeit, die ich jemand anderes antue, muss ich im Jenseits verantworten, und ich komme nicht ins Paradies, bis das Haag ausgeglichen ist. Da sind sich viele nicht bewusst. Es ist wirklich einfacher, dass Allah subhanallah meine Sünden vergibt, wie das ein Mensch am jüngsten Tag mir mein Recht halal macht, und ich dadurch gleich ins Paradies komme. Das wird sehr schwer werden. Aber die meisten machen zwar immer, Dura Yarabim, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Sünden, was schön und gut ist, vergessen aber, ihre Mitmenschen, die sie tagtäglich ins Hack reingehen, wirklich ihr Recht brechen, was ihnen nicht zusteht, was sie nicht dürfen. Und wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, und meine Freunde machen Unrecht, und ich nehme daran teil, und verhindere es nicht, dann habe ich Teil an den Hack von dieser Person, der jetzt irgendeine Art Unrecht geschieht. Passivität führt auch zum Täter, weil ich rede nicht auf die drauf ein, ich spreche nicht. Sogar manchmal heizen die es noch an, die eigenen Freunde, dass der mutiger wird, und erst recht aus sich heraus geht, und die Ungerechtigkeit durchführt. Das sind einfach Dinge, die gehören sich für uns Muslime nicht. Aber dennoch leider sind sie heute an der Tagesordnung. Der Zustand von uns Muslime ist wirklich mehr wie traurig. Und wenn wir bedenken, dass wir die kleinen Zeichen von Giamit alle erreicht haben, dass wir jetzt wirklich warten, wann kommt das erste große Zeichen, dann wird es wirklich für uns sehr knapp mit der Zeit. Denn wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge ein großes Zeichen nach dem anderen kommt. Die kleinen Zeichen, die lagen sehr weit auseinander. Unser Prophet Mohammed zum Sackte, mit mein Erscheinen sind die Vorzeichen der Stunde gekommen. Und das sind jetzt 1400 Jahre her. Wir wissen nicht, wird die Welt noch 1000 Jahre leben? Wird sie noch 2000 leben? Wird es kürzer sein? Deshalb sollen wir wirklich auf der Hut sein. Vielleicht gehören wir nicht mehr zu den Geretteten. Vielleicht gehören wir nicht mehr zu denen, die dann Töbe machen können, weil einfach ein Zeitpunkt gekommen ist, wo Ardus Vopalala keine Töbe mehr annimmt, keine Reue mehr annimmt. Dann ist es um uns geschehen. Also all diejenigen, die den jüngsten Tag erleben, oder beziehungsweise dann, wo nachdem die Sonne von Westen her aufgeht, statt vom Osten, die diesen Zeitpunkt erleben, ihre Töbe ist vorbei. Das bringt ihnen gar nichts mehr. Sie gehören definitiv zu den Verlierern und werden den Rest des Untergangs, diese Welt voll miterleben und dann mal sehen, wie sie die restliche Zeit dahin bringen, bis die Welt endlich kaputt und zusammenbricht. Abu Said, Osama bin Said, Ibn Hadriya, Hadri. Radoan erzählt dir, ich hörte den Gesandten Allah, was Sallallahu alaihi wa sallam, am Tage des Gerichts wird ein Mann gebracht und in die Hölle geworfen werden. Und seine Eingeweihten werden dort aus seinem Bauch herausbrechen und er wird sie festhalten und tummeln im Kreise gehen, wie ein Esel in der Mühle. Die Bewohner der Hölle werden zu ihm kommen und sagen, oh du so und so, was ist das? Batest du nicht die Leute Gutes zu tun und das Übel zu vermeiden? Und er wird sagen, doch so war es. Ich schloss mich anderen an und bat sie Gutes zu tun, aber ich tat selbst es nicht und ich verbote es ihnen übel zu tun, aber ich tat es selbst. Das ist jetzt eine andere Sichtweise von das Guten gebieten, aber selber das Schlechte machen. Auch hier müssen wir unterscheiden. Selbst wenn einer Schlechtes macht, er weiß, er kommt von einer gewissen Art von Sündig los. Trotzdem soll er das Gute gebieten. Er hat halt vielleicht ein Problem, zum Beispiel er ist so an die Spielautomaten gewöhnt, er kommt davon nicht weg, aber er sagt seinem Bruder, trink nicht Alkohol und er selber geht dann abends in die Spielhalle, weil er eben süchtig geworden ist. Das sind Dinge, die muss man unterscheiden. Gegenüber einem, der die Leute immer auffordert, aber selber dann sich nichts draus macht und eine Sünde begeht. Obwohl er die anderen darauf auffordert oder vielleicht gerade noch die gleiche Sünde macht. Trinkt kein Alkohol, aber er feiert gerne Partys mit denen und trinkt dort selber Alkohol. Das ist natürlich eine Sache, die so nicht sein kann. Aber einer, der in seine Sünde gefesselt ist, der gefangen ist und der auch darum bittet, ja, verzeih mir, dass ich die Sünde immer wieder mache, der hat einen ganz anderen ausgeahmischen Tag, obwohl er es Gute geboten hat. Obwohl er gesagt hat, trinke nicht Alkohol, aber er einfach nicht bleiben lassen konnte, von der Spielhalle wegzugehen und dort sein Geld zu verjubeln. Das sind verschiedene Situationen. Aber wir sehen hier, es gibt wirklich schon solche, die, habe ich auch so selber mitbekommen, ältere Jugendliche, die kleinere Jugendlichen sagen, mach das und das nicht, aber sie selber machen eigentlich voll das, was sie den Kleineren verbieten. Das ist natürlich in erster Hinsicht schon mal was Schönes, dass der Kleineren sagt, mach das nicht, nur die Sache ist, die sehen aber, dass er trotzdem daran festhält. Was er ihnen verbietet, gönnt er sich aber. Wo ist dann die Logik dahinter, was sollen die Kleineren, die Kinder dann verstehen und sagen, er verbietet mir etwas, aber er macht das selber. Welcher Zweck steckt dahinter? Und das muss man einfach erkennen, dass etwas hier mit dieser Person nicht stimmt. Warum macht das es? Vielleicht aus Angeberei, vielleicht deswegen, dass er vor den Leuten besser gesehen werden möchte. Es gibt verschiedene Situationen und verschiedene Anlässe, für das wir wissen es nicht. Aber solche Menschen werden vor allem Subhanallah massive Probleme haben, dass sie anderen etwas gebieten, was sie sich aber selber gönnen. Da muss man wirklich aufpassen. Es ist immer gut, die Leute darauf hinzuweisen, auf ihre Fehler. Aber es kann nicht sein, dass ich andere darauf hinweise und mir es gönnen, ja, ich stehe über das, ich mache es, wie ich es will. Das ist mit Sicherheit der falsche Weg und wird später, weil Subhanallah, keine Früchte bringen. Und wenn man das dann abwägt, wir wissen ja auch gar nicht von den Schlechten und von den Guten, wie über es wiegt. Wenn ich zwar eine gute Tat mache, belohnt mich aller das Zehnfache einer guten Tat. Und wenn ich eine schlechte Tat mache, dann zählt es nur einfach. Aber ich weiß trotzdem die Gewichtung nicht. Ich weiß ja nicht, die eine Sünde, wo ich gemacht habe, ob sie vielleicht nicht die zehn guten Taten, die ich für die andere bekommen, überhaupt auffrisst. Vielleicht bleibt da gar nichts mehr übrig. Ich kenne doch die Gewichtung gar nicht. Er soll uns nur anspornen, Gutes zu machen und soll uns nicht verzweifeln, wenn wir Schlechtes machen. Aber es soll nicht heißen, ich mache jetzt was Schlechtes oder ich mache was Gutes und schon ausgeglichen. Wir kennen die Gewichtung nicht. Wir wissen die Waagschale nicht, was mehr gewogen hat. Trotz der zehnfache Belohnung weiß ich nicht, ob es reicht, diese eine Sünde auszugleichen. Dass die guten Taten schwerer sind und die Sünde leichter. Das weiß ich nicht. Deshalb soll ich mit dem Sündenvergleich auch nicht spielen. Eins sollen wir uns angewöhnen. Wir sind alle schwach und wir sind Menschen und Allah sagt selber, er hat uns Menschen im Koran, also Pallana, schwach erschaffen. Es ist also nicht das große Problem, wenn wir schwach werden und Sünden machen. Das große Problem ist einmal, wenn ich Allah, also Pallana, ja gar nicht bedenke und geht denke, keine Sikir mache, wie kann ich dann Allah um Vergebung bitten? Und die andere Sache ist, dass ich zu wenig Allah um Vergebung bitte, die Sünden mache und mich dann so daran gewöhne, dass ich vielleicht noch einmal im Jahr, vielleicht wenn irgendjemand ein bestimmter Abend kommt von irgendwelchen Möblit oder vielleicht in Ramadan mache ich mal einmal im Jahr Tölbe bitte aller Vergebung, das restliche Jahr denke ich nicht dran. Was ist aber, wenn ich in dem laufenden Jahr sterbe? Dann bleibt mir für den nächsten Ramadan keine Möglichkeit mehr, um Sünden zu vergeben. Wir dürfen die Aspekte nicht alle außer Acht lassen. Und jetzt gehen wir mal zu der Zeit der Gefährten zurück, der Sahaba, zur Zeit des Propheten, Mohammed, was haben sie nicht alles unternommen? Sie haben gearbeitet, sie haben Dschihad gemacht, sie sind dabei gegangen, sie haben sehr viel gemacht, aber trotzdem eins haben sie nie bleiben lassen, das ist Sikir. Das Gedenken an Allah, das hat sie immer ständig begleitet, das können wir uns doch gar nicht vorstellen. Wenn ich ein Buch lese, wie kann ich gleichzeitig Sikir machen, klappt bei mir nicht. Warum? Ich bin abgekommen. Ich kenne das gar nicht. Aber wir wissen von Albo Beckeratu an zum Beispiel, er war ständig beschäftigt, immer Sikir zu machen, egal welche Tätigkeit er gemacht hat. Und weil er sich so dran gewöhnt hat und automatisch seine Zunge sich bewegt hat, hat er einen Stein genommen, wenn er auf Abort gegangen ist, auf Klo gegangen ist, hat er einen Stein in seinen Mund reingemacht, dass die Zunge sich nicht bewegt, dass er dran denkt, jetzt darf ich einen Sikir machen. So war er eingespielt. Das können wir gar nicht mehr begreifen. Wann machen wir Sikir? Wann geben wir uns alle hin? Und das sind diese Probleme, die wir haben und dann neigen wir natürlich dazu, der Shetan beeinflusst uns, die Gesellschaft beeinflusst uns. Wir möchten gerne Anerkennung von der Gesellschaft haben, statt Anerkennung von Allah. Und dann machen wir das, was der Gesellschaft gefällt. Was denkt ihr, warum wir so viele Islam-Experten haben, die von nichts Ahnung haben, aber von den Menschen, gerade von den Medien, von den Politiker, von den Kafirs, hochgelobt werden. Warum? Sie wollen nur Anerkennung. Ihnen geht es nur um diese Welt. Sie vergessen aber, bei allen sind sie der Verlorenen. Bei allen werden sie sehen, was sie haben. Sie werden nicht einmal beachtet werden. Sie werden vom Grab rauskommen, wandern gleich in die Hölle rein. Mit dem Shetan die schlimmste Strafe. Sie haben nur für diese Welt gelebt. Sie haben nur für Ruhm gelebt, für Anerkennung gelebt. Aber nicht für Allah gelebt. Obwohl sie jetzt Islam-Experten ausgegeben haben. Obwohl sie von den Menschen gefeiert werden. Aber sobald die Seele abgerufen wird, ist mit seinem Feiern vorbei. Wer feiert die noch? Die können dann Beerdigungsrituale abhalten, was sie wollen. Können die Fahnen auf Halbmast hießen, wie sie wollen. Was interessiert es den Toten jetzt? Er hat davon rein gar nichts. Und wenn sie tausend Stunden die Kirchenglocken lassen wollten, es wird den Toten nichts bringen. Rein gar nichts. Die Malaika, die zwei Frageengel, werden sich ihn annehmen und werden ihn so behandeln. Er wünschte sich, er wäre nie geboren. Und das ist nur das Grab. Der hat das andere etwas größer noch vor sich. Das für die Arroganz. Das für das, was er denkt. Er kann alle den Krieg erklären. Das, was sie meinen, es gibt keinen Gott. Und all diese Dinge, die sie im Kopf haben. Schenkt euer Leben nicht billig her. Gibt es nicht her. Hört nicht auf solche Leute, die euch einfach nur vom Weg abbringen wollen. Welches Ziel sie auch haben. In der Regel steckt nur Macht und Geld dahinter. Sie leben nur für Macht. Sie leben nur für Geld. Sie lügen. Durch Lügen bekommen sie Geld. Und wir haben die Zeit, wo der Prophet Mohammed dem sagt, die Gelehrten werden aussterben und es kommen solche falschen Leute dran, die ihr folgen werdet. Und folgen werden aber nur diese, die sich nicht um ihren Iman kümmern. Die sich nicht um ihren Glauben kümmern. Und diese folgen. Denn einer, was sich mit Allah beschäftigt, der fällt auf solche Schwachköpfe nicht rein. Aber der, wo nichts macht, der hört gerne solche Reden. Ja, Kopftuch muss ja nicht sein. Und Spannelflasch, damals gab es ja einen Kühlschrank, darf heute auch sein. Und Alkohol, ein kleines Gläs sein geht schon. Da gibt es so einen ganz speziellen Islam-Experten, weil er irgendwelche Eltern hat, die ja islamisch sind, aber er da nichts zu tun hat. Oder sie. Was machen die? Ramadan, haben die Iftar mit einem Sektklass aufgemacht. Mit Sekt. Iftar eröffnet. Das Bild hat man in der Zeitung dann gesehen. Als seine Muslime angesprochen haben, sagt er, es ist doch meine Sache, wie ich meinen Iftar öffne. Natürlich ist es deine Sache. Jainem ist auch deine Sache. Geh Jainem, geh rein und das Beste soll dir passieren. Aber versuche nicht, den Islam zu repräsentieren. Versuche nicht zu sagen, was Islam ist. Nun ja, der Untergang dehnt und den Untergang verdient. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Inshallah. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.